Hier sind wir die Royal Caribbean, die Harmonie of the Sea, eins der größten Schiffe. Hier hinten ist das Showprogramm, die Kletterwand, die großen Rutschen. Ich glaube, es passen 5.400 Leute auf dieses Schiff. Wahnsinn. Und viele Balkone, die haben Innen- und Außenbalkonkabinen. Und viele wollen sogar die Innenbalkonkabine, dass man sieht, was los ist auf dem Schiff. Die haben sogar zwei Gangways, bei uns ist nur eine, die müssen genauso weit gehen.